Hey, was machst du da? Nuggets! Ey, was zum Fick machst du denn da? Tata, meine Freunde! Heute wieder eine richtig hart beschissene Folge. Erstmal bei uns einen Daumen nach oben dalassen und bei unseren Gästen wie immer ein D-Abo und einen Daumen nach unten dalassen. Muchachos, Parkour-E-Troll-E-Fun zusammen mit Nuggets und OP-Killer. Hallo, Moin. Hallo, herzlich willkommen. Ich nehme heute mal Orange. Die sind natürlich erwähnenswerter. Wie Marvin sich aber nichts von seiner komischen Ansage abbringen lassen kann, Alter. Du rülpst hier richtig hartes Mikrofon einfach drüber labern. Digga, das ist doch alles wie immer. Keine Gnade, Alter. Digga, das kenne ich schon. Du hättest auch ins Mikro furzen können. Du hättest jetzt aufstehen können und in dein Mikro furzen können. Das wäre ja alles wie immer. Hättest du ins Mikro geholtzt, wäre Marvin sofort aufgesprungen um zu mir zu kommen und mein Furz zu riechen. Natürlich. Kennst du doch. So ist es nicht. Lauf. Dieser alte Stinkfittisch ist. Digga, laut bei mir, Alter. Wuhu! Alter, wuhu! Digga, Marvin wurde ja richtig in Breitseite weggeknallt. Alter, ich bin insta-lost hier. Warte mal, hä? Ja, heute mal zusammen mit OP-Killer und Nugget. Ist das ne Träume? Ja, ist ne Träume. Okay, dann haben wir schon erst ne Träume hier. Ich hab jetzt ganz oft geschrieben, dass ihr keinen Bock auf OP-Killer und Nugget habt, aber ich hab sie heute einfach nochmal eingeladen. Wir wissen, dass die beiden ein bisschen behindert sind, aber... Digga, die Leute hassen dich, OP-Killer. Die hassen dich. Ja, ich liebe euch heute. Übrigens waren, ich glaube sogar, die größten Beschwerden gegen Walle kamen wegen dem Trollen. Also dem Rutschießen, wegsprengen. Also wir können schon mal einfach mal davon ausgehen. Digga, wohin? Da gute Walle wieder gehatet wird. Muchacho, es heilt euch zurück. Ey, du bist so eine dreckige Ficknodeln, Alter. Ich schwöre dir, ich stecke deinen Schwanz in einen Krabbenburger und dann schmeiße ihn weg. Also Muchacho, ihr braucht niemanden jetzt zu beleidigen. Wenn ihr irgendwie mad seid oder so, schaut einfach bei denen vorbei, sind in der Beschreibung verlinkt. Lasst einfach mal einen Daumen nach unten da. Na, wollt ihr nochmal mit bei uns gespielen? Wir beleidigen auch selber schon genug, ne? Genau. Das kriegen wir schon selber hin. Also D-Abo sag ich jetzt nicht, aber einen Daumen nach unten könnt ihr da lassen. Ja. Ja. Aber auch nicht, ne? Oh, ist das schön. Ist das schön. Alter, kannst du mal aufhören mit deiner Riege. Kommt bei euch überhaupt diese Folge? Hä, so viele Ficknods denn jetzt? Was? Kommt bei euch überhaupt diese Folge hier? Achso, Marvin ist schon vorne. Ja, okay, dann hau ich an. Ja, Logo. Ich dachte, der Erste hier. Oh, oh. Okay, weiter Troy Hard. Nein! Troy Hard! Troy Hard! Ja, das ist ein Parcours, Troy Hard. Da hinten seht ihr es ja schon. Deko, siehst du diesen komischen... Nein! Was ist denn das? Drei Eckkopf? Das ist ein Bild von mir. Nee, das ist ein Bild von Nuggets und OK Killers Kill. Nee, das ist ein Bild von mir, wie ich gerade aussehe mit Sonnenbrand. Digga, hast du einen Dreieckskopf oder was? Ja, mit Sonnenbrand schon. Alter! Digga, das Ding ist komplett weiß. Ja, das liegt am Kontrast. Wow. Wow, 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 wow. Oh nein. Nein. Nein! Digga, diese Karre, Alter. Hol mir einen Router. Ich herzlich gerne übrigens, Muchachos. Hau in die Beschreibung, in den Chat. In die Beschreibung. Ihr kriegt unser YouTube-Passwort. Hau in die Kommentare. In die Kommentare eine Bewertung von dem Spruch. Hau deinen Schwanz in einen Krabbenburger und dann schmeiß ich ihn weg. Ich fand ihn lustig. Null. Digga, warum ist mein Auto hier? Aber gar keine Rückmeldung. Hallo. Ja, Digga, okay, warte. Hallo, was denn? Punkte gebe ich. Das Grundste daran ist, dass ich seinen Pemel erst in einen Krabbenburger haue und dann wegzuschmeißen. Warum mache ich das? Also ich gebe dir erstmal für diese unglaubliche Innovation. Ja. Boah, dann kriegst du von mir drei Punkte von zehn. Hä? Du kriegst null Punkte. Ja. Digga, ich habe mindestens 80 verdient. Nee. Von 100. Niemals. Digga, dein Penis sieht aus wie ein von 80-Jährigen. Nicht mehr vorhanden. Ey, es kann nicht wahr sein. Sprich an den Punkt vorbei. 80-Jährigen. Hahaha. Ich habe es über die ganzen Container und die Scheiße geschafft. Dann springe ich zu weit. Nein. Guck mal, Nugget gefällt mir. Der lacht über meine schlechten Witze. Ja. Wie hast du das da gemacht, Marvin? Was denn? Der war wirklich schön. Ja, der Jump von den Containern runter zum Punkt. Ja, easy. Einfach gefahren, Digga. Was willst du da machen? Ja, ich bin auch einfach gefahren. Ich bin tausendmal zu weit gesprungen. Ah. Bei mir hat es geklappt, ne? Ich würde es mal mit Aussteigen versuchen. So, ich kam nicht jetzt weg, wenn du da nicht weg gehst. Digga, aussteigen niemals, ey. Ich kann mich nicht von Augen verlassen. Digga, hau es in ihm in Posi, Bro. Achso. Hast du es gesehen? Nein. Ist so. Juhu. Alter, Digga wird es niemals rausfinden, Digga. Niemals. Jetzt Rückseite bestimmt, oder? Nein, Digga. Das wäre viel zu einfach. Ja. Guck mal. Digga, guck mal. Das ist richtig am Abend, Alter. Hallo. Hallo. Wie hast du es jetzt geschafft, ey? Hier, stirb. Ja, die pümmeln sich da weg. Das gefällt mir sehr gut. Ah, Digga. Ich glaube, du bist aber immer noch nicht richtig. Hä? Hä? Tja, ha, ha, ha. Ja, ja. Guck, guck, guck. Muss ich ganz oben aufs Dach auf, oder was? Äh, nein. Du musst da nur den Geheimweg finden. Ey, warum fett? Nein, du laberst mich zu. Ich muss den schalten. Ich muss oben aufs Dach. Alter Schwede. Äh, der Junge kennt mich. Hä? Musste ich ehrlich die Rampe über zur Warnschule nehmen, oder was? Yes, musst du. Toll. Was? Ist er nicht mehr da? Doch, nein, der ist da. Achso, ich dachte gerade schon. Und den Punkt haben wir. Oh, ist das schön hier. Oh, zum Glück, Alter. Der hat zum Glück nicht rüber gejumpft. Directly in den Punkt rein hier. Mach die Granate weg hier. Nein! Directly in Marvins Krabbenburger Pups los. Digga, was ist ein Krabbenburger Pups los? Digga. Du bist ein Homo ein. Mal den. Ich mal dir ein Bild, ich schwere dir. Okay, mal mal. Diko, du bist... Ganz einfach, Alter. Ey, Junge, ich will die Scheiß nie verschaffen. Du hast Pups noch von dem Krabbenburger. Digga, was passiert dir? Du bist kurz hinter mir, oder Diko? Ja, ne? Ja, ist halt. Ich glaube... Also nicht zu weit zumindest. Bei vier Leuten, wie viele müssen wir ein Ziel fahren? Hör mal auf. Bei vier Leuten, wie viele müssen wir ein Ziel fahren? Zwei. Zwei? Ah, perfekt. Ja. Also wir Pfeiler fahren einfach rein und die beiden... Naja. Ja. Ist halt wie immer, ne? Ist wie immer. Ey, du bist so ein Pinsel, Alter. Digga, was machen die denn? Digga, und... Ihr kommt einfach keine drei Meter weit und treut euch da auch noch die ganze Zeit. Oh, neu! Geh mal zu, Alter. Warten, danke. Ich warte mal hinten jetzt hier. Oh, Marvi, was hast du dafür langweilig gefickt? Ich muss aber schon hier hochfahren, oder? Ja, musst du leider. Das wäre richtig bitter, wenn ich hier acht Minuten hochfahre und dann merke, oh... Da ist ja gar kein Punkt. Digga, ich hatte auch erst Angst. Das war also falsch. Oh, da haben wir jetzt... Dekos Dreiecksgesicht. Er wollte ja so aussehen. Muss man ja dazu sagen. Ja. Ich bin ein Tauwesnisschen, yeah. Wenn ihr Bock habt, ein Krabbenberger Pups doch einfach mal zu malen, ne? Macht das mal und... Ja, genau. Leidet das auf Instagram hoch, verlinkt mich. Was für Krabbenberger Pups doch? Ja. Sei ruhig da auf die blicken Plätzen. Man kennt es. Man kennt es. Eieieieieiei. Okay, Deko. Du musst nur da unten droppen. Ich warte jetzt auf die Boys. Du musst nicht auf den Mund. Du kannst unten direkt auf die Straße drauf springen. Oh nein. Ach, ich mach das hier zu schnell nehmen. Okay, ich hab's. Ich bin beim Ziel. Bein gebrochen. Ich fall verrein. Der ist noch verrein. Also tschau, Alter. Tschau, Alter. Wir machen jetzt noch einen Skilltest. Ist das in Ordnung? Ja, das Ding schon. Ja, hau raus. Okay. Skilltest. Check. Oh. Waller hat den Sprungpunkt geschafft. Endlich. Sprungpunkt. So, aber wir geben keine Zeit zu mehr Leute. Jetzt geht's zum Abschluss nochmal ein Sand King Parcours. Der Nugget ist leider gerade nicht da. Ich würd sagen, wir try out einfach mal nach vorne. Ich rassier euer Gesicht. Ich bin hübsch Deko, Muchachos. Guten Tag. Hier wollen wir Nugget kurz runterkicken. Einfach so, weil er sich nicht wehren kann. Wir wollen. Oh. Oh, jetzt er wieder da. Oh, Mann. Oh. Oh, Nagel, du bist so enttäuschend. Lol. Lol. Oh mein Gott. Lol. Oh mein Gott. Lol. Oh meine Nüsse. Oh meine Nüsse. Oh, Marfis explodiert, Alter. Was hast du das denn gemacht? Richtig zerstört. Ja, wenn ich einfach auf dem Rücken aufgeklatscht bin. Hey. Hey. Ficker, ey. Hey. Ich brenne in der Hölle, Alter. Dieser arschgefickte Fick durch Waller, Alter. Alles zerstört. Alle rüber gehen sofort. Alles zerstört, was dann waren, Alter. Hör mal auf hier. Digga. Rosetten. Dieser Typ, Alter. Was für Kerl mit diesem Jungen. Der geht in dein Autistenlager. Geht halt. Ey. Du kennst auch einfach nicht. Fahr einfach runter jetzt. Wir schaffen das. Wir machen das jetzt ohne Reifen, Alter. Waller bürst du nicht mehr, Alter. Scheiße. Fick mein Arschloch. Oh. Komm schon, Dinko. Geh weg mit dir, Dinko. Weg mit dir. Knallgas. Wuh. Komm. Geh weg mit dir, Dinko. Geh weg mit dir. Ja. Alter. Das war gut. Das war richtig gut. Oh nein. Ja. Weg mit dir, Dinko. Ciao. Alter. Alter. Oh, wir haben's. Weg. Zu wenig Speed, ey. Oh. Deine Autor hat mich noch weggekickt. Na, 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 na. Hey, 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 hey. Wo ist denn? Hey. Digga, wo kommt der? Ey, Walle. Das ist so. Irgendwie hast du deinen Stuhl zu tief in den Naschloch gesteckt, Alter. Das gefällt mir. Irgendwas ist da falsch gelaufen. Nein. Oh, oh, oh. Digga, warum ist der Typ jetzt auch noch hier? Digga. LOL. Ich hab's. Jawoll. Weg mit euch. Alter. 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 Ich hatte gehofft, dass Walle wieder sichtbar wird, ey. Also, ich hab nämlich noch eine Anmerkung. Halt mal in die Kommentare. Hashtag RIP Marvin. Digga. Da ist ne Bremse. Ich kann das nicht so machen. Hey, Logo. Guck doch mal hier. Was hier? Muss man da? Muss da runter, ne? Ja. 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 Muss man da rückwärts runter? Nicht ehrlich, oder? Ich glaube. Ich mach's mit Drücke. Hey. Digga, ich bin nicht mal vorwärts gefahren, Alter. Digga! Alter, ohne Scheiß. So. Das war's jetzt. OP-Killer wird nie wieder bei uns mitmachen, GTA. Nie wieder. So. Ich zeige euch. Der ist jetzt raus. Ich zeige euch. Aber sowas von. Ich zeige euch, wie das geht, oder? Aus. Tschüss. Auf geht's, ab geht's. Hä? Digga, die ganze Zeit hab ich hier rumgepimmelt, Alter. Ah. Die ganze Zeit. Hallo, ihr müsst den Weg richtig fahren, oder? Oh. Los, los, los. Nee, hier ist kein Spiel. Ey, das ist doch... Was für eine Scheiße, Mann. Aber ich mach's einfach richtig, dann geht's einfach so. Ja, okay. Oh, 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 oh. Ey. Falle, ne? Was war doch jetzt? Fahr vorbei. Los. Ich mach's jetzt einfach richtig. Scheiß drauf. So. Lang genug hier rumgepümmelt. Muss man nicht einfach nur jetzt... Ja. Man muss einfach nur. Genau. Weg hier. So. Jetzt reicht's dir aber. Das ist einfach so einfach nur. Hallo. Bis wieder hin. Hä? Aber was ist denn jetzt da schwierig? Das ist doch überhaupt nicht schwierig, Alter. Nein, ist es auch nicht. Nein, ist es auch nicht. Nur die ganze Zeit, wenn ich den weggepumpt bist oder so, dann ist das natürlich schon ein bisschen schwieriger. Ich hab's jetzt First-Try jetzt hier so gemacht, obwohl ich's die ganze Zeit anders versuchen wollte. Schöre, wenn man einmal das richtig macht, dann ist das so ein Ein-Minuten-Ding, ey. Jetzt fahr aber! Nigga! Ja, warte doch. Hey. Hey, hey, hey. Du Wixer! Du Wixer! Knallgoss! Du musst das einfach machen, sonst... Alter! Sonst hätte ich heute schlecht geschlafen. Möfendeko. Und Top-X, Alter. Ja, dann ist natürlich okay, Marvin. Go, go! Ja, dann geht's okay. Und Top-X! Ich erzähl dir auch gerne in der Geschichte immer abends, ne? Das wär sehr lieb, dankeschön. Goal! Kein Problem, gerne. Alter. Digga, was kommt hier? Digga! Digga, wie weit ist noch nach oben? Wie weit? Digga! Hallo? Na, hohohohohoho. Marvin muss unten fahren. Äh. Nein, du Arsch! Du Arsch! Hey! Aber ich hab eh schon verkackt. Ich hab eh schon verkackt. Oben fahren, oben fahren! Will nicht mit den Spielen. Ja, 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 ja. Hallo? Ohhohohoho. Hallo? Bitte einmal drehen, wenn du ihn... Marvin hätte verdient noch mal zu verkacken. Hä, warum jetzt? Ja, ja, weil ich auch noch mal verkackt hab. Digga, bin ich Erster? Geil. Geil, geil, geil. Ohohohoho. Hallo? 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 Hallo, was kommt da eigentlich? Umfahren musst du, oben, 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 oben. Komplett oben. Ja, du musst aber mehr Speed holen. Mehr Speed. Noll. Oh, korrekter Marvin. Mehr Speed, mehr. Guck mal. Hat Marvin damit gerechnet, dass ich ihn gerade ramme? Geile Sau, ey. Hast du nicht? Nein. Du denkst aber gut von mir, ey. Das war schon, muss ich sagen, so ein kleines inneres Konfliktpotenzial mit mir gerade. Alter, Spiele. Also, ich habe schon sehr mit dem Gedanken gespielt, dich wegzurangen. So assi ist er nicht. Hä? Am Ende hat der gute Deko gesiegt auf jeden Fall. Okay, hier lang. Ah, okay, jetzt weiß ich wo lang. Hörts wieder full speed. Hä, bist du jetzt nicht wieder genau da, wie du gerade? Ne, bist du nicht. Alter, was geht das? Was geht das ab? Ist das Walle? Wow. Ja, mein Ruhearschkack, du kriegst da, da fällt dir die ganze Zeit unter. Nein! Aussteigen! Ja, save dich! Nein! Nein! Oh! Scheiße, was kommt da? Alles, alles nochmal von vorne. Nee, die Bremse hat mich einfach nur aussortiert. Nee, die Bremse hat mich einfach nur aussortiert. Mehr, mehr war da schon gar nicht. Oh, 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 oh. Ich habe trotzdem die ganze Zeit Leertaste S gedrückt, ey. Oh! Okay, hier ist auf jeden Fall, denke ich mal richtig. Daddy! Daddy Mürfen Dekos Erster! Und Daddy Mürfen Dekos Erster! Und Daddy Mürfen Dekos kriegt den Punkt! Checochino! Oh nein, du musst zurück als WTF, alter. So, Gas, 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 Gas. Oh, 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 Bremse, 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 B Ich glaube, Nugget ist gerade Klaus hinter mir. Ja, ich bin direkt hinter dir. Klaus hinter mir, Senter Klaus hinter mir. Hallo? Oh. 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 Ja. Oh man, das ist zu dünn. Den Shit hier schocken wir aber. Oh. Nein, ich hab da noch alles gerade noch vorgekackt. Ey, jetzt zum zweiten Mal. Nein. Schon wieder da? Ja, ich bin einfach runtergerutscht. Okay. Okay. Nein. Ey, wie assi ist das denn, Alter? Oh. Ich dachte, das schaffte ich easy first try. Ich hätte GG es ja, Nugget mit dem guten Sportball weggenommen. Jawoll, Alter. Oh. Oh. Was für eine Scheiße. OP geht da los hier? Oh, no. Ja, ich bin genau in der Mitte gefahren. Da von dieser komischen großen Spirale da. Wo nichts war. Mr. Crap. Hey, was machst du da? Nugget! Ey. Was war da los? Was zum Fick machst du denn da? Ich muss Anschwung mitnehmen, glaube ich. Von der Seite so ein bisschen schräg. Uff. 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 Komm schon, Möwen, Deko. Gib ihm Grip. Gib ihm Grip, Alter. Digga, schon wieder verkackt. Digga, das kann nicht wahr sein. Ja. Ey. Digga, keine Ahnung. Wir haben wieder vertackt, Digga. Vierten Mal. Das war so eine einfache Stelle. Alter. Oh. Alter. 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 Was zum Fick passiert dir jetzt? Digga. Also ihr habt mein Go. Digga, fahrt aber ins Ziel. Heide Witzler. Heute ist auf jeden Fall nicht mein Glückstag. Alter Falter. Digga, komm erst mal hierher, Alter. Digga, laden wir nicht voll hier, Glückskind, ey. Glückskind, Alter. Hast du wahrscheinlich hier wieder einen Korb und einen runtergeholt, ey. Was ist das hier? Musst du respawnen. Digga, was mach ich denn da? Musst respawnen. Okay. Nagel, ich glaube, das ist richtig hier. Wie weit kommst du hoch? Alter, wie weit kommst du hoch? Hast du mit Anschluss gemacht oder das? Nee. Hallo? Okay. Einfach nur weh drücken. Auch wenn ich fast am Stillstand bin. Okay. Ich probier's jetzt auch noch mal. Und da sind auch die Plattformen. Lol, Alter. Wow. Das muss man so fahren. Du musst schnell genug machen, dass Fabian das nicht sieht. Ja. Okay. Du musst einfach eine Haftkarte halten. Also Nagel, komm jetzt hier. First Try. Jetzt weißt du, wie es geht? First Try. Oh. Okay. First Try und dann in meinem nächsten Livestream 50. Alter, Leute. Wie ist das möglich hier, Alter? Nach oben fahren. Alter. Das ist schon schwer, ja. Du musst möglichst lange auf den Dingern immer komplett mit allen 4 Reifen drauf bleiben. Ich hab einmal so eine Action gemacht, dass ich so übertrieben hart schlägt. Wievle gefahren bin oder sowas, und dann hab ich verklappt. Ja. Ein Reifen war unten. Okay, komm schon, Muchachos. Echt heftig, ey. Machachos. Möwen Airlines braucht ihr ganzes Ziel. Oho, oh, 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 oh. Oh nein, oh, oh, oh. Oh nein. Oh, oh, oh. Alter war das eng, ey. Alter war das eng. That's what he said. That's what he said. That's what she said, wenn man mit Marvin befreundet ist. Von Alter ist das ausgeleiert, wer mit Dego freut es ist. Okay, touché. Leute, du bist von dahinten. Dies. Okay, komm schon Baby, der letzte. Der letzte. Jetzt verkackt der. Ey, das ist doch nicht gerade das. Ich darf nicht verkacken. Ich darf nicht verkacken. Ich habe gerade so eine Ehreprüfung hier wie Thor im letzten Avengers-Film. Ich darf nicht verkacken, Alter. Komm schon Baby. Komm schon. Digga, was ist denn gerade hier los? Okay, den ersten habe ich glaube ich gleich. Ich glaube ich zu schnell. Langsamer fahren. Ja, den ersten habe ich. Den ersten habe ich. Oh, ich bin gerade einmal, ich habe Gas gegeben. Okay. Da war ich fast rüber geflogen. Okay, eigentlich kann ich jetzt nicht mehr verkacken. Eigentlich. Also wenn mir jetzt noch eine Möwe hier ins Zimmer geflogen kommt, mir vom Gesicht rum klettert und mir dann ins Gesicht scheißt, kann ich nicht mehr verkacken. Okay, ist nicht passiert. Obviously. Ich habe es geschafft. Ey, aber also ganz im Ernst, was jetzt kommt. Ja. Ich würde am liebsten quitten schon. Was? Warum? Achso, lol. Ist ja richtig Muschi. Aber quitt. Ist richtig Muschi. Modus hier. Na 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 na, ey 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 ey. Klong. Klong. Digga, was ist das für komische Blockaden? Wer hat die denn gebaut? Guck mal, Leute. Möchtest du das Recaid vorhauen, Marvin? Made in China, Alter. Möje. Haha, okay. Unkomplett gerade. Easy, Lol, Alter. Hauptsache, Marvin und ich hängen hier einfach immer noch vor. Digga, einfach bei der letzten Stufe verkackt. Aber, Walle ist bei Marvin jetzt. Ja. Und Marvin ist gerade nur ein Punkt vor Nugget. Und ich bin ein Punkt auch vor Nugget. Aber wo ich auch schon über verkackt habe, ey, das kannst du niemandem sagen. Nugget, bist du durch? Ja, ich bin jetzt gerade vom letzten, Alter. Na, 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 na. Alter, vier Dinger noch. Du musst hier so langsam fahren. Nugget, bei dem nächsten Teil nicht die Geduld verlieren. Und gehst du schneller segeln, als du Fly behind Wurve sagen kannst. Wuh! Hab ich! Oh! 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 Oh, okay! Ja! Oh! 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 Ja, Baby. Oh! Der nächste Punkt ist das Ziel, Babys! Digga, fahrt einfach rein! Möfenstyling, Baby! Oh, schaff ich's da rein? Bitte, bitte. Oh, oh, oh. Oh nein, das klappt nicht. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Geil. Wenn, wenn du ein Ei an mich verloren hast, dann hast du Pech gehabt. Also da ist dann... Oh! Also da kann ich ehrlich nichts mehr machen. Oh! Endlich! Das ist schon irgendwo beim Ziegenmann in irgendeinem Glas auf seinem Regal. Okay, soll ich reinfahren? Oh mein Gott! Digga, wie? Soll ich jetzt rein oder nicht? Leute, die schräge Wand, haust du das eben vorst du, Bro? Ja, mach doch! Fahr doch! Du schaffst das eh nicht. Hält die schräge Wand einfach nur hochfahren. Achso, okay. LOL! Wie gesagt, also ich bin... Jetzt noch? Wuh! Alter, ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Tranking ist generell eklig. Ja. Gerade hingestellt, dann durchgefahren und so lange, wie es geht, auf möglichst mit allen 4 Reifen auf Boden bleiben. Alter Falter. Ey. Ey, what the fuck? Achso, hier auch vielleicht. Ja, fahrt einfach ins Ziel. Achso, das Teil meinst du? Oh, oh, oh. Nicht das mit den einzelnen Plattformen. Nein! Ich bin drin, ich bin drin! Nein! Nein! Danke, ihr habt's geschafft! Nugend Hades! Das ist so unfassiert! Den kommt jetzt auf den 1 wieder! Geil! Nein! Ey, ich pralle einfach einen Zentimeter da ab, Alter. Marvin ist da! Marvin ist da! Uh! Aber ich hab... Ganz vorsichtig! Warte mal, ich geh mal kurz... Ganz vorsichtig! Hä? Marvin ist auch reingekommen oder was? Von den hinten lehen. Nein! Ich weiß nicht. Da fehlt sogar noch einiges! Uh! Digga, ich hab keine... Nugend meinte mit nem 5. Lass dich runterschleiden! Runterschleiden! Marvin... Naja... Ey! Ey! Ja, 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 ja! Ich hab keine Ahnung wie das geht, ey! Es geht aber nicht! Naja, einfach hinten lehnen! Geht das? Ne, du sprichst ja neben das alles, ne? Digga, also ich finde das ist schon hart! Alter! Ja, aber Nagina ist übertrieben schnell geschafft! Vielleicht hier! Ich war auch schon ein paar Mal so close dran, Alter! Ne, du musst direkt mit dich! Echt mit dich? Ja, ja! Jetzt bin ich durch! Jetzt bin ich durch! Keine Ahnung wie! Keine Ahnung was anders war! Geschafft! Puppa! Puppa! Krebs... Menschen! Krebs... Aber jetzt schafft Babels auch noch rein, ey! Bitte, 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 bitte! Ein Try nur! Hä? Ein Try! Oh! Ja! Ja! Komm! Ja! Hahaha! Ich komm auch noch rein! Danke! Alter Falter war das Haarisch! Muchachos! Jetzt am Ende schaut doch mal bei Nugget und OP-Killer vorbei! Lass doch mal ein Abo da! Heute mal kein D-Abo! Aber den Daumen nach unten nicht vergessen! Muchachos! Bis dann! Reinehauen! Hallo! Tschüss! Tschüss! Werkt! T расchnapp! Puh! Tres! Tres!